Ich wollte euch gerne ein Projekt vorstellen und zwar gibt es dieses Projekt schon seit 1993. Dieses Projekt heißt World Peace Ballroom. Das war eine Vision, die ich hatte und zwar habe ich gesehen, dass mitten in Berlin, da wo jetzt das Stadtschloss gebaut wird, wo mal der Palast der Republik stand, das erste basisdemokratische Bürgerparlament des Internetzeitalters entsteht. Und dann habe ich diese Vision aufgeschrieben in wohlgefassten Worten und habe sie vermailt, verfaxt, verschickt und gehofft, dass sich mal jemand meldet und sagt, ja das ist ja eine super Idee, lass uns das machen. Aber es hat sich leider niemand gemeldet und ich habe die Idee dann erstmal wieder begraben, weil ich wusste auch nicht weiter und jetzt habe ich aber das Gefühl, man kann diese Vision, die ich da habe, man kann die doch als Simulation nachvollziehen oder vorvollziehen. Wir können doch einfach eine Plattform schaffen, ein Programm schreiben, wo wir selber unsere Politik machen, wo wir im Internet schon mal den Bundestag neu besetzen, wo wir die Ressourcen neu besetzen, wo wir Problemstellungen formulieren, wo wir Experten sammeln, die wir gerne hätten als Politiker. Ja, wir guten diesen Reistag mit Liebe und mit Leuten, die wirklich was in der Birne haben, die was zu sagen haben, die sich trauen die Wahrheit zu sagen, die sich trauen die Bösungen zu präsentieren und ja, die sind doch alle da. Und wenn sie das da drin nicht sagen, dann bauen wir halt uns unseren virtuellen Reichstag, unseren World Peace Ballroom. Und das ist jetzt die Vision, die ich habe und ich suche eigentlich Leute, die sagen, okay, ich kann Programme schreiben, das können wir doch umsetzen, wir können doch diesen World Peace Ballroom in der virtuellen Welt erschaffen. Wir füllen den mit uns Bürgern, mit dem, was uns interessiert, mit der Politik, die uns angeht, so wie es richtig ist und nicht so, wie wir das erleben. Das kann man doch alles simulieren und dann mal gucken, was sich durchsetzt. Also, das wäre jetzt so ein Vorschlag, wie man vorgehen könnte. Und wer da Lust drauf hat und wer das gerne mit mir machen will oder wem mich da noch mehr zu erzählen soll, der möge sich bitte melden. Jeder Mensch hat mehr Herz als 50. Naja, das sind auch alles Menschen mit Herzen. Die hängen alle in irgendwelchen Strukturen, wo sie ihre Seele nicht entfalten können. Und ich stelle mir aber eine Welt vor, wo wir Strukturen haben, wo wir alle unsere Seele entfalten können. Wir wollen alle gesund sein, wir wollen alle in Frieden leben, wir möchten alle eigentlich im Paradies ankommen. Und dieser Planet, der könnte ein Paradies sein. Und es gibt einfach Strukturen, die wollen lieber eine Hölle machen als ein Paradies. Dann müssen wir eben Strukturen schaffen, die das Paradies machen, alternativ. Und das ist diese Vision, die ich schon seit 1993 im Herzen trage und die ich gerne, gerne, gerne umsetzen möchte. Und wo ich Menschen suche, die die mit mir umsetzen möchten, die Möglichkeiten haben, das zu bewerkstelligen. Und das gibt da ganz viele Menschen, das weiß ich. Aber die haben sich alle irgendwie noch nicht getroffen. Ich habe das ausgesehen, wirklich tausendfach habe ich diese Vision in die Welt gestreut. Es ist auch viel gewachsen. Aber vielleicht findet sich das ja jetzt alles mal wieder zusammen. Und wir können das gemeinsam umsetzen. Es sollte nicht so schwierig sein. Kompetenzen haben wir, Möglichkeiten haben wir. Also, let's do it. Let's rock the world, please. Ja, also. Super. Musik.